Blicken wir gerne einmal auf die Ukraine. Der dortige Verteidigungsminister Kuleba hat nun gesagt, man gibt gerne eine Garantie an die westlichen Partner ab, dass man gelieferte Waffen nicht auf russischem Territorium verwendet. Das scheint ja eine große Sorge zu sein, vor allem wenn es aktuell auch um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern geht. Gibt es jetzt noch irgendeinen Grund für Deutschland und vor allem für das Kanzleramt da zu zögern? Nein, es gibt keinen Grund. Erstmal ist die Ukraine seit anderthalb Jahren zuverlässig. Sie hat ja sehr viele Waffen, sehr viel Material bekommen und hat es so eingesetzt, wie es sozusagen vorher verabredet wurde. Es gibt überhaupt keinen Grund, misstrauisch zu sein. Dieser Marschflugkörper ist deswegen von Relevanz. Er fliegt unter dem Radar und er kann vor allen Dingen russischen Nachschublinien zerstören. Und deswegen meines Erachtens, unseres Erachtens gibt es keinen Grund, dass der Kanzler darüber nachdenkt, dass er sich die Entscheidung nicht einfach macht. Das tun wir alle nicht, aber wir haben keine Zeit. Sie zeigen gerade Bilder, was in der Ukraine passiert. Wir haben keine Zeit, diese Diskussion monatelang zu führen. Das Thema ist übrigens vier Monate schon im Orbit, um das mal so zu sagen. Und deswegen mein herzlicher Wunsch auch an den Bundeskanzler, jetzt uns sofort zu entscheiden. Die Ukraine kann nicht warten und sie ist ein verlässlicher Partner. Frau Strack-Zimmermann, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen und danke für Ihre Zeit. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht es hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.